Ein Bier zu Ehren der Großmutter. Marie Hausbrenndl-Hell. Typisch bayerisch, typisch hell. Es war einmal der Braumeister Konrad Schwarz, der nicht die richtige Frau fürs Leben fand. So zog er aus in die Jakobervorstadt und fand dort in der kleinen Brauerei Hausbrenndl seine Marie. Sie heirateten und gründeten eine Familie. Marie war fortan die Wirtin im Schwarzbräu. Die Wirtin im Schwarzbräu.